Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 59.300 US-Dollar. Wir haben unseren Abverkauf endlich bekommen. Nachdem wir letzte Woche bzw. am Freitag noch darüber gesprochen haben, dass wir vor allem hier oben in diesem Preisbereich um 65.000 US-Dollar bzw. 64.000 US-Dollar die ersten Widerstände erwarten sollten, ging es dann im Endeffekt jetzt auch ordentlich nach unten und wir haben jetzt unseren Dampf bis auf knapp 58.000 US-Dollar gesehen. Ob es jetzt schon war, werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video nochmal ein bisschen genauer angucken. Wir werden natürlich auch auf Ethereum, Euro, Forex etc. alles mögliche werden wir uns heute angucken, was die letzten Tage ein bisschen liegen geblieben ist. Man hört es an meiner Stimme, ich war unterwegs. Und ja, bevor wir jedoch starten, lasst das Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk- und Signalgruppen reinschauen, die ich euch gerade nicht zeigen kann, weil hier Telegram-Web überhaupt nicht lernt. Ist egal, die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort kriegt ihr alles Neueste immer mit, Signale etc. pp. Und wenn ihr noch eine Börse zum Traden sucht, wo ihr auch das, was wir alles hier besprechen, nachtraden wollt oder auch Spot kaufen wollt, kann ich euch nur meine Partnerbörse Bingix empfehlen. Dort findet ihr auch den Link unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 59.200 US-Dollar. Aber es ist im Endeffekt genau das passiert, was wir schon die ganze Zeit vermutet haben. Wir hatten unser Breakout hier aus unserem Triangle, wo natürlich das Preisziel utopisch hoch war. Ich glaube, bei knapp 68.000 haben wir letzte Woche ja festgestellt, wo ich gleich gesagt habe, nee, das ist einfach deutlich zu hoch. Dann hatten wir unser Breakout. Wir sind auf knapp 65.000 US-Dollar gestiegen. Wir haben die Supply-Zone hier im 4-Stunden-Time-Frame geknackt. Und dann nochmal so ein kleines Doppeltop hier reinbekommen am Wochenende. Das war beziehungsweise am Montag früh um 1 Uhr morgens. Und das war im Endeffekt der Liquiditätsabgriff. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, oder ich muss dazu sagen, ich bin nicht in diesem Trade drin, weil ich hier, ihr seht hier, das war das Setup, wo wir uns überlegt haben. Das war hier oben bei 65.200 US-Dollar. Da sind wir leider nicht hingekommen. Es waren knapp 150 Dollar weiter unten. Nervt mich ein bisschen. Meine Idee war aber im Endeffekt, warum ich nicht rein bin. Vor allem einerseits, weil ich natürlich im Urlaub war. Aber zweitens, weil wir hier oben auch noch ein bisschen Liquidität liegen hatten, beziehungsweise hier dieser Docht, meiner Meinung nach noch hätte geholt werden sollen. Ansonsten sollte irgendjemand auf mich in dem Video gehört haben und nicht meine eigene Entscheidung nochmal überdacht haben, macht den Stop-Loss-Entry, nehmt jetzt 50% aus dieser Position raus, weil die Position ist jetzt wirklich ordentlich im Plus, muss man wirklicherweise sagen. Also die Position sieht wirklich gut aus. Von Prozenten her würde ich jetzt auch mal behaupten, kann man das auf jeden Fall stehen lassen. Ansonsten geht es jetzt erstmal so weiter. Das wird sich jetzt erstmal zeigen. Wir haben jetzt hier erstmal ein tieferes Tiefe gebildet. Wir hatten jetzt nochmal einen WIG auf knapp 58.000 US-Dollar. Den muss man auch mal ein bisschen im Auge behalten hier jetzt erstmal. Was mich hier gerade stört, mir fehlen schon wieder meine Indikatoren. Fällt mir gerade auf. Ah, jetzt sind sie wieder da. Okay, keine Ahnung, woran das liegt. Auf jeden Fall, dieser WIG hier unten bei 58.000 US-Dollar sollte auf jeden Fall nochmal geholt werden. Wir haben hier drüben auch nochmal so einen kleinen bei knapp 57.700 US-Dollar. Also da ist jetzt erstmal Ende im Gelände. Wer eine Short-Position offen hat, der sollte sich auf jeden Fall diesen Bereich hier unten mal merken, weil das nochmal die Möglichkeit wäre, um gegebenenfalls hier einen kleinen Hedge-Long zu machen. Dieser könnte uns dann nochmal in Richtung 62.700 US-Dollar führen, bevor wir dann möglicherweise weiter abverkauft werden. Wir machen jetzt diesen Plan mal hier weg. Das ist jetzt erstmal so das nächste Level. Und was wir auch noch machen, ist, wir ziehen uns das FIP-Level von unserem Tief bis zu unserem Hoch, bis zu unserem jetzigen Zwischenhoch, hier bei 65.000 US-Dollar. Da sehen wir auch dieser Preisbereich, jetzt sage ich mal zwischen 57.000 und knapp 57.800 US-Dollar sollte auf jeden Fall im Auge behalten werden. Das wäre so die nächste Long-Area, wo ich sagen würde, okay, für alle, die short sind. Ansonsten für alle anderen, einschließlich mir, ich warte jetzt erstmal hier auf ungefähr 54.000 bis 50.000 US-Dollar. Wir haben hier unten diesen Preisbereich bei 48.000 US-Dollar, wo ich ja schon die ganze Zeit sage, dieser Wig sollte früher oder später gefüllt werden. Es wäre für einen potenziellen Bullrun extrem entscheidend, dass wir diesen Wig hier noch füllen, bevor wir wirklich nach oben hinsteigen. Das sind so die zwei nächsten Areas, wo ich sagen würde, okay, 55 oder 48k für die nächste potenzielle Long. Wer short ist, kann hier nochmal einen kleinen Hedge versuchen. Das heißt, 50% der Position, die ihr noch offen habt, könnt ihr hier in diesem Preisbereich eine neue Long aufmachen. Das heißt, ihr habt kein Risiko. Sobald natürlich dann euer Stop-Loss getriggert wird, solltet ihr nochmal einen weiteren Take-Profit nehmen oder die Position einfach nochmal verdoppeln. Da würde ich aber für alle die Position dann verdoppeln wollen. Würde ich dann hier so auf 61.500 US-Dollar warten. Macht mehr Sinn, weil wir hier eine schöne kleine Supply haben. Wir haben das Ende der Ineffizienz. Das heißt, hier würde ich dann an eurer Stelle die Position nochmal verdoppeln. Stop-Loss bleibt auf Entry. Sollte der dann getriggert werden, ist vorbei. Aber das wäre nochmal so die grobe Idee. Für mich sieht das Ganze immer noch wirklich bearish aus. Also ich bin überhaupt nicht ultra-bullish oder sonstiges hier. Dass wir in den nächsten Wochen jetzt hier ein neues All-Time-High momentan sehen, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Gehen wir rüber zu den Altcoins. Die bluten natürlich auch wieder. Auch Ethereum hat leider nicht meine Position abgeholt. Man muss echt sagen, es ist wirklich ein bisschen nervig. Also bei Bitcoin waren es 150 Dollar, wo er es nicht geholt hat. Bei Ethereum, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, prozentual, beziehungsweise auch von den Dingern. 2823 sind wir oben gewesen. Und Short-Position war hier am Pivot 2939. Also es ist teilweise wirklich ein Witz, aber gut, ist halt jetzt so. Also Position wurde nicht abgeholt. Wer trotzdem drin sein sollte, nehmt 50% raus. Auch hier Stop-Loss Entry, weil wir jetzt hier unten am Golden Pocket hier jetzt erstmal starken Support vorfinden sollten in diesem Bereich. Wir haben auch hier einen kleinen Docht wieder hinterlassen. Auch dieser sollte wiederum gefüllt werden. Das heißt so kleine Erholungen möglich in den nächsten Stunden 2560. Dann nochmal runter, möglicherweise mit doppeltem Boden, schön ins Golden Pocket hinein. Und dann vielleicht nochmal neuer Anlauf nach oben hin. Also das ist jetzt erstmal so die Chance. Eventuell, je nachdem wie so die gesamte Marktlage ist oder wie auch möglicherweise die US-Märkte etc. pp. öffnen, können wir hier vielleicht sogar eine kleine Long-Position öffnen, obwohl wir keine Short-Position offen haben. Risiko relativ hoch, aber dadurch, dass wir einen niedrigen RSI haben, mögliche potenzielle Bullish Divergence plus diesen Wicked plus das Golden Pocket, da kommt schon einiges zusammen, was da wirklich für eine kleine Long-Position spricht. Aber wie gesagt, werde ich euch da in eine Telegram-Gruppe, die hat immer noch nicht geladen, aber egal, auf den laufenden Halten kommt da gerne rein. So, gehen wir mal zu den normalen Märkten. Gold. Gold hat unseren Short, wie gesagt, letzte Woche ja abgeholt. Take Profit 1, dann ist er in Stop-Loss Entry reingefallen. Das heißt, wir warten hier möglicherweise nochmal auf ein neues All-Time-High. Das heißt hier die 2531 US-Dollar-Marke. Das ist jetzt hier oben unsere neue Short-Box. Die lasse ich jetzt erstmal so stehen. Sollte das im Laufe des Tages der Fall sein, werden wir hier nochmal, denke ich, einen neuen Short versuchen. Wir sehen schon hier, es staut sich wieder einiges an. Bis in die Parallelen zu hier drüben haben wir auf jeden Fall immer wieder diese Dochte rein, dann neues All-Time-High und dann leichter Abverkauf. Kann ich mir jetzt hier auch sehr gut vorstellen. Mal schauen, was es der Markt jetzt im Laufe des Tages bietet und dann eben wieder erneuter Abverkaufsversuch. Aber man muss dazu sagen, wir müssen erst hier oben noch dieses Hoch bei 2531 abgrasen, weil wir dann auch eine perfekte Divergenz hatten. Wir haben sinkendes Volumen, wir haben sinkenden RSI, aber höhere Hochs. Es würde perfekt passen für einen potenziellen Short im Laufe des heutigen Tages. So, DAX weiterhin am Pumpen. Hier muss man auch sagen, unsere Position jetzt dann ausgestoppt auf Stop-Loss Entry, nachdem wir hier aber auch schon zwei oder drei Take Profits genommen haben. Also auch hier alles gut. Gut, wir werden hier jetzt derzeit noch ein bisschen warten, weil auch wenn wir uns mal den S&P 500 angucken, der kratzt auch schon wieder am All-Time-High. Also Parallelen beim DAX sind auf jeden Fall da. Das heißt, wir haben hier, wenn wir beim S&P 500 noch ein neues All-Time-High erreichen sollten, auf jeden Fall noch Luft hier oben bis 18.800, 18.900 Punkte. Darauf warte ich jetzt ehrlich gesagt mal ein bisschen. Die Bewegung absolut krank, wenn man das mal so sich ein bisschen näher betrachtet. So seit unserem Tief bei 17.000 Punkten sind wir hier einfach mittlerweile schon wieder knapp 10% nach oben hingestiegen. Also da auch hier verdächtig hohes Korrekturpotenzial, aber gesamtmarktlich Bitcoin kracht schon runter. Oder was heißt, kracht schon runter, 10% ist schon jetzt nicht gerade wenig. Natürlich, wenn die Stocks jetzt möglicherweise noch nachziehen, ja dann gute Nacht. Aber hier warte ich, wie gesagt, jetzt mal hier oben auf diesen Pivot R1 beziehungsweise auf diese Wix, die wir hier in diesem Preisumfeld hier oben auf jeden Fall noch drinnen haben. So, dann Forex-Märkte. Schauen wir auch nochmal ganz kurz. Euro läuft, ist minimal im Plus derzeit. Mal schauen, was sich da noch so ergibt. Bearish Divergence passt, kein höheres Hoch mehr. Also auch hier müssen wir derzeit einfach ein bisschen abwarten, wie sich der Markt so ein bisschen jetzt entgegengesetzt. Aber es spricht immer noch, meiner Meinung nach, viel dazu, dass wir einfach hier früher oder später jetzt mal die Erholung auch beim DXY sehen. Wir sind hier nochmal ein bisschen tiefer gegangen, als ich das gedacht habe. Aber gut, doppelter Boden passt jetzt mittlerweile. Und jetzt in der Erholung würde natürlich dann auch zu den Stockmärkten dann einen kleinen Crash führen. In Anführungszeichen Crash. Legt mir jetzt nicht hier jedes Wort auf, auf was weiß ich was. Was dann natürlich die Märkte auch nochmal ein bisschen unter Druck setzen würde. Und dann möglicherweise auch für diesen Dump, in Anführungszeichen, sorgen würde. Aber gut, warten wir jetzt erstmal ab. Ansonsten gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Seht ihr eher eine bullische Woche oder eher eine negative Woche jetzt noch auf uns zukommen? Ich bin da, wie gesagt, eher ein bisschen negativ eingestellt. Aber gut, meine bescheidene Meinung, schreibt es unten gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal. Wir hören uns auf jeden Fall morgen früh wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen, entspannten Tag. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao und wie immer, stay good.